und ist immer auch wieder bei Let's Play Portal ich glaub das muss es gewesen sein das muss es ja gewesen sein Joachim Schmidt sicher was ach komm wir machen es mal ein bisschen also entweder wir fehlen oder wir schaffen es das sind die beiden Möglichkeiten ja ich find's wieder geil na komm so was passiert auch echt dumm hier alter naja gut komm weiter jetzt komm jawohl äh was von wo kommen wir denn überhaupt naja wir kommen von da und wir müssen jetzt noch noch kommen ich mach schon mal Krautschen ja so mit Steuern ich hab gedacht mit C ich sehe irgendwas die Stühle ist nachkommen wir gucken es mal wir gucken es mal was dahinten ist eine Videobeschreibung und jetzt müssen wir hier doch einspringen äh von da kommen er ein ein den nicht in dem Weg finden was ist das denn nach Koma machen nächster Versuch Leute sollen sie das überhaupt machen wir können doch mit die kriegen jetzt diese die Zeit da schießen die hin 8 der schießt zum Teil so dann schießt er jetzt einfach sein Teil hier hin und dann fliegt es dem von in die Fresse da ist noch mal hier mal wieder eins hier 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 und wir haben es kommt weg ding 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 ach scheiße m hör auf was hießen dritt der jetz hier sind gehen und sie hat so wie ich wollte so lecksten so alt hat es immer keine Lexus sind die hier machen in den Knopf okay das läuft auch noch Zeit das heißt hier ach so okay verstanden Nenner verstanden wer wird kommen nächster Versuch schießt wird gehen die Reihen und drückt ja wohl der Scheiß und die Markees da kommen stehen stehen durch die sie eventuell noch springen können nur könnten ja sie die hier was müssen wir denn jetzt hey welches Portal haben wir da hinten hingesetzt das bringt uns überhaupt müssen wir irgendwie Schwung nehmen wie können wir denn hier aber Schwung nehmen ah da unten ok ja jetzt müssen wir hier den Knopf Leidenschaft nirgendwo wenn wir es drücken verschwindet es ist aus vollgas wohin mit dem Scheiß jetzt und und sie sind mit dem Ding fahren es wird hinstellen ach ja wir sind trotzdem auch nicht wenn es wieder eingefürzt ist das Teil nicht nicht drunter fallen hä oh nö jetzt müssen wir wieder das das Scheißdrecker da müssen wir nochmal zurückfahren weil wir das hier aufkriegen müssen das wird nicht nö so und hopps ja gut ist mir war jetzt eigentlich nicht notwendig hä Alter jetzt wäre ich dabei nach reingelaufen war knapp war knapp war knapp oh wie kommen wir jetzt da überhaupt hin hier eins und hier eins scheiße geht mir da und halt eben da eins und da eins schafft man den Sprung nachkommen ja wo es ist hier ich hab gedacht ist er weg so ach nein Alter sind wir blöd das muss ja Alter kommen wir jetzt da wieder hin ach nö jetzt muss ich mit dem ne wir sind wieder nochmal hingekommen ach ja scheiße Alter kann ich das theoretisch einfach nur durchwerfen hm wenn ich mal treffen würde na 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 ja ja toll aber erst da hinten blöd hat das was passiert auch echt wieder nur mir Alter Moment jetzt können wir wenigstens Alter das ist nicht so dramatisch aber ich hab grad schon gedacht Alter ja wir haben Eis jetzt müssen wir doch mit dem scheiß Teil Alter der Schwung reicht nicht ah vielleicht und da hinten ja gut bringt uns aber nichts bringt uns willst du mich jetzt schicks ich tsch s es ist es blöd wie ich bin es erst keinen weiter was ist hier für uns blauen ja die Zwicklung zu verfallen jetzt bitte nicht noch mal den gleichen hier hinstellen kommen die Kunde die Hildes und endlichkeitsschleife okay die Fakten aber es ist noch her aber es ist der nächste hat dann ein bisschen wie immer so wir werden dann schneller wenn wir schneller gut dann würde ich sagen sie muss wieder in der nächsten Folge schon let's play portal bis dahin schütz